Konnte sich die AfD bei den Landtagswahlen vor drei Wochen in Brandenburg und Sachsen noch über satte Gewinne freuen, hat sie bundesweit in Zwischenstimmen eingebüßt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage. Alle anderen Parteien bleiben im Vergleich zur Vorwoche dagegen unverändert. Mit 27 Prozent der Stimmen ist die Union weiter stärkste Kraft. Die SPD verharrt bei schwachen 15, die Grünen bei starken 22 Prozent. Bei der FDP würden 8 Prozent ihr Kreuzchen machen, die Linke kommt auf 7 Prozent. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und käme nur noch auf 13 Prozent. Die sonstigen Parteien können dafür um einen Punkt zulegen, lägen jetzt bei 8.